Boah, Junge! Moin, Kersania, hoffe, euch geht's gut. Hab's auflauf, kleine Einspieler für euch. Und was haben wir denn hier gefallen? Wir haben einmal eine Imposter-Runde mit der guten Shelly. Da war ich mit Terzestruppe unterwegs. Und eine Warlock-Runde mit der Mengruppe. Wird sehr, sehr Imposter-lassig, wie ihr merkt. Und Leute, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Haut rein, Kinder. Peace. Geh mal rein, oder? Meine Frohe, langsam wird es mir ein bisschen feuer. Ich mach mal kurz die Klimalage auf. Oh, wie lebe. Hallo, meine Freunde. Hi. Ich möcht's nur sagen, ich glaub, das war ein Self-Report. Oh, das war ein Baitkill, oh nein. Ich weiß, ich konnt's dir nicht genau sagen. Ich glaub, es war einer. Ich hab so ein Lackland gesehen. Das war ja jedes Mal so Caruso. Einmal Caruso, ja. Du sagst mal, lass mal das Geld spielen. Und dann trifft man dich einfach nur so 60 Minuten in der Camp stehen. Das war geil aufs Geld. Guck, aber weil ich unter der Kamera war, ich konnt's dir sagen, der Horn, der hat das Büro nach Unti verlassen. Und dann ist er wieder Obi-Kim und ich konnt's dir sagen, ich glaub, der hat sie gekillt. Hä, was? Okay, ich hab gar nicht, ich wollte grad sagen. Also, pass mal auf. Ich hab kein Wort verstanden gerade. Ich bin gerade bei Weapons gewesen mit Jeff und mit Oberbayer. Licht geht aus, hab die Tasker gebrochen, geh runter. Hab mich auch in der Camp gesehen, hat er beschädigt. Und auf der Deutschlinke Seite liegt Franzi. Also, die lag da auf jeden Fall vor fünf Sekunden noch nicht. Tim Horace war in Coms und hat dort Download gemacht. Und auf der rechten Seite in Navigation hab ich Jeff und ich glaube Shorty gesehen, die oben was gemacht haben. Und Oberbayer. Aber das ist old, also das ist sehr, sehr, vom Timing her sehr, sehr krass. Ich bin Sia und die ist wirklich seit zwei Sekunden tot. Uff, kann man sein. Wer ist denn, ist denn gerade jemand in Electrical? Ja, ich bin vorbeigelaufen. Ich wollte gucken, wer... Ich bin in Electrical. Hallo. Wart mal, warte mal, schau, du bist Sia? Ja, ich bin Sia. Ich hab durch meine Tentakel Sachen gesehen, die du nicht gesehen hast. Also, du lügst eigentlich ja nie mit Roy, sagst du immer, wenn du bait bist. Stimmt, ja. Ich geh mal gucken. Hä? Er ist Nice-Guessler, oder was? Wieso, wieso hat man ein Nice-Guess? Was? What are the odds jetzt mal in 15 Runden Nice-Guessler und der Gästchen Wenzel draus? Ja. Von einem Crew-Mate. Oder Evil-Guessler. Oder er war Evil-Guessler. Aber wir sind uns da trotzdem einig, dass Franz, Oberbayern, Chantau, Shorty, Caruso und Vles den Kill nicht gemacht haben können, bedeutet, es musste... Und ich war auch noch in Coms. Nee, also, Tim Horus kann den Kill gemacht haben, Vles kann den Kill gemacht haben, ich kann den Kill gemacht haben, Han kann den Kill gemacht haben. Bei Jiburi weiß ich gar nicht. Kann den Kill nicht gemacht haben? Nein. Doch, oder? War in der Kamera mit Caruso und ich bin gerade links zu Electrical gelaufen. Shorty er auch nicht. Das, was der Westgeist sagt, ist richtig. Aber ich habe auch diese ganzen Kettenklappern hören und... Das hat mir gar nicht ein bisschen Angst. Hui, 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 hui. Warlock? Hm. Hm. Und jetzt geht's podcast. Fuck. Es kommt einυ choreist, Caruso. Geil, Han ist der Warlock Bruder Oberbayern ist Sheriff Aber ich habe nach, äh, ich habe relativ zügig reportet, also ich hätte noch warten können Also MFTR als Sheriff hat sich gerade weggedetet, oder wir haben einen Warlock Wer hast du denn gecrossed? Ähm, Han in Admin, dich in Storage, äh, Oberbayern selbst Ja, Shorty in Admin Ansonst eigentlich, eigentlich niemanden Viele Leute Karuso auch in Admin, ne? Glaub ich Vielleicht hat er auf dich geschossen, weil er dachte, dass du eine Rolle callen würdest als Sia Ähm, wenn du Crewmate bist Ne, pass auf, pass auf, pass auf Ne, pass auf, ich glaube tatsächlich auch, dass das halt ein Warlock Kill war, weil ich glaube, der erste Kill war auch ein Warlock Kill Kann ja sein, nicht war aus, I don't know Ich habe auf jeden Fall nie mehr gesehen Dass du selbst getündet hast, meinst du? Ne, nein, dass ich gewarlocked wurde In der ersten Runde, ja Nein, hast du nicht Das ist Blödsinn Dann nehmen wir dich, dann nehmen wir dich mal raus Ich bin in Mad Bay reingelaufen, ich bin in Mad Bay reingelaufen, da hab ich Chiburi gecrossed Äh, und sonst niemanden, dann bin ich links drüber gelaufen, hab ich Karuso getroffen und es waren alle Leute, die ich getroffen habe, dann komplett in Runde Es geht ja gerade darum, also es geht ja darum, dass ich gecrossed wurde gerade, ne Ne, ja, um die erste Runde ging es bei mir, was sein kann, es kann auch vor mir getötet sein, ne, wie auch immer, aber es kann, also ich meine trotzdem, was wir in Warlock drin haben Aber ich war ja in der ersten Runde nicht mit, äh, ich bin dich nicht gecrossed, Han, ich bin direkt mit Karuso rechts, äh, mit Chantaro rechts gelaufen Ja Und diese Runde? Also ich habe Tim Horus nicht gecrossed, Chiburi nicht gecrossed und Franz auch gar nicht gesehen Tim Horus, was sagt dein allsehendes Auge? Das Auge des Horus sagt! Äh, ich habe leider zu schnell reportet, ne? Hast du das gehört? Ich habe es gehört Ich habe es gehört Ich meine trotzdem, dass ich Fleske gecrossed habe Ja, ich bin weggerannt von der Kamera Ich bin übrigens wirklich Security gar nicht durch Schmorti gelaufen gerade Hast du wirklich Glück gehabt, Han? Und Fleske Ist das egal Ich guck's Ich guck's magst du sprechen ah ich drück die ganze zeit nicht mehr alles ein bisschen neu für mich was auch lässt keine beiden kids gemacht der den ich reportet habe wer auch immer das war der liegt richtung shields und mehr info habe ich nicht schon tausend report shorty ist an kameras die hat sehr wahrscheinlich keinen der beiden kids gemacht da war zu viel da war hahn eben gerade auch noch der ist dann nach oben gelaufen und war über medbay scan noch also je nachdem wie lange die kills sind war er es auch nicht ich bin gerade zum light gelaufen habe ich gemeldet ist der light und dann ging es wieder aus und wollte gerade schalter umlegen ja die trickster boxen ist eine unter electrical eine links neben kameras ich komme halt irgendwie nicht los das flest hier im poster ist aber ich glaube ich glaube es ist hahn und shorty shorty hat erste runde trickster box und rechts gelegt und hahn hat erste runde bait gekillt mit ich bin die ganze erste runde kann ich den kill nicht gemacht haben so ich weiß nicht wie du jetzt schon wieder auf mich kommst obwohl ich die erste runde komplett safe war und keine ich glaube du bist das zweite runde so hat ja so ich habe ich nicht geklostet dann kann ich ja bei hahn das nicht gemacht haben weil ich habe in der ersten runde selber gekillt nein das ist auch quatsch welche auch in so nein das ist ja quatsch ich bin mir da nicht so sicher weil flest habe ich meine ich erste runde geklost ich war in electrical und ich bin links rum zur kamera das ist natürlich unglücklich dass karose mit wieder an alle geben kann aber ich war gerade im medbay habe meine reagenzklasse zur ersten runde abgeholt und dann rechts zu meteoriten drast gelaufen zusätzlich nichts gemacht ich glaube es ist flest und karose kann die kannst du das verabert einfach ich habe ich habe nur haben noch gesehen wie er hochgelaufen ist aber ich habe hier gegen das runde ja ich hab meine mail war zu fragen habe verloren Oh nein, Flask. Ja, jetzt rollt es. Ich finde mehr auch. Einfach irgendwelche Namen aufgezählt, wenn ihr glaubt, die mal war. Hä? Ich habe gerade vorhanden gerettet. Told you. So, jetzt hier mal auf den Tisch. Okay, pass auf. Der erste Poster ist raus. Ich bin nämlich mehr. Nein, du hast an Elektro rumgespielt. Du Brechtachs. Ich bin gerade reingekommen, Franz war schon drinnen und hat die ganze Zeit an diesen scheiß Elektro-Dingern da rumgespielt. Du, du, du mit dieser komischen Kackfrisur. Pass mal auf. Ich war unten in Storage und habe mein Müll rausgebracht. Excuse me? Aua. Na, Schweinchen, Babe. Du bist jetzt mal ganz ruhig. Ich will es aber persönlich jetzt. Tut mir leid, aber die Frisur ist nicht gut. Egal. Ich gehe also von Storage, weil ich dort mein Müll wieder rausgebracht habe, gehe ich zu Elektro, dort steht Hahn. Ich gehe an die Box ran, will Licht anmachen und ich sehe Hahn spielen. Wen hast du jetzt gewotet, Hahn? Ich habe dich gewotet mit meinen Mayor-Votes. Du hast gerade Scheiße gelabert. Du hast mich gewotet mit deinen Mayor-Votes, obwohl du sagst, dass Franz an den Lichtschultern rumgespielt hat. Ja, er kann ja trotzdem noch irgendwie bei sich rumtreuen. Das ist Fakt. War ein bisschen besoffen. Ich glaube, ihr seid alle irgendwie lost. Also irgendwie, glaube ich, keiner von Hahn und Franz. Also ich bin wirklich lost, Tim. Vlesk war richtig, 100%. Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt sagen, ich habe Vlesk auch gewotet, aber auch nur, weil Caruso so krass gegen mich geschossen hat und Caruso jede Runde Vlesk rausgenommen hat. Das ist so ein bisschen das Ding, ja. Die beiden sind halt eins. Und also ich habe zum Beispiel wahrscheinlich mit Franz und Hahn halt Vlesk gewotet. Tim, hast du Hahn gewotet? Ich habe Vlesk gewotet tatsächlich, weil es mir auch so wild war, ja. Okay, also die Crew intet, wenn wir jetzt nicht hier Hahn voten. Dann habt ihr mehr oder weniger und das Spiel... Ja, okay, dann geht's auch weiter. Ich bin tatsächlich eher bei Caruso. Ja, das war Caruso. Caruso, ich glaube, wir haben verloren, weil Shorty und Tim Hohus vermutlich Lover sind. Kann auch sein. Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, weiß ich nicht. Wenn Hahn schon auf uns die Hohus und einer von den beiden Lover sind, dann haben wir sowieso verloren. Wir müssen beide dann trotzdem Hahn voten, einfach damit wir... Ihr seht doch jetzt, dass wir dann mehr Wots haben oder nicht. Und dann wisst ihr ja, wer von uns beiden Imposter war. Ja, also... Wenn jetzt mich votet... Ich gehe jetzt Caruso. Achso, für mich ist das überhaupt keine Frage, weil Hahn hat in den Schalterung gespielt. Voll dumm, alles gut. Wollst du? Hä, jetzt bin ich confused. Oh, no. Du hast... Du hast keinen... Du hast... Hä? Woo! Oh, oh, crazy, Alter. Was war denn? Was denn? Hä? 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 Sag mal, wie kann denn das... Wie kann Hahn das denn machen? Schaut die Hohus. Ich sah gerade mit dem Skimm. Du hast so random Namen aufgezählt in der zweiten Runde. Wenn du mich hattest und sagst, Hahn und ich sind eine Posterpärchen, was wir ja nicht sind. Ja, der Shorty-Core war ein bisschen interessant. Ja, aber Shorty, selbst wenn... Ja, aber wenn du mich doch hasst die ganze Zeit, dann denke ich doch, ja, wenn du mich doch fast gegen mich schießt oder so und dann Flasko und du, ihr seid ja jetzt ja safe, dann kannst du mich doch nicht fronten. Das gab kein... Oh, Junge. Wir können Hahn voten, Hahn ist hier im Poster, ich bin Leiter, hab gesehen, dass er mir gerade entgegenläuft bei Lightout. Das war zufrieden Scheiße, Junge. Was? Okay, ich hab keine Ahnung, wo Parsi ist. Nee, jetzt reicht's aber komplett. Nee. Nein, ernsthaft, jetzt lasst euch nicht von ihm beten. Keine Ahnung, das ist Jester oder so. Ich bin alleine in Orto. Ich glaub, nee, 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 nee. Du bist direkt runtergelaufen, links ankommst. Hör auf zu trollen. Nalo B, wo ist der Kill? Der ist über Elektriker. Also im Eingang zum Elektrikerraum. Ich schwör auf alles, ich hab ihn nicht gegessen und ich bin auch keine Wurst, ich hab keine Ahnung, wo er war. Ich schwör auf alles. Bitte votet mich nicht. Sag mal, was hat er denn gesagt? Ich war gar noch... Er ist Leiter und anscheinend war er wirklich Leiter, aber ich schwör auf alles, ich hab Parsi noch nie mal gesehen. Ja, aber wo bist du? Oh, tu, alleine. Ich will jetzt gerade hochgehen, weil Leipzig ja wirklich aus war. Ich hab keine Ahnung, wo er war. Mal ganz kurz zu dem Kill. Wir können das ja im Hinterkopf mal behalten. Das ist unser lieber Hahn hier mal wieder im Saskatchewald. Ist vollkommen okay, verstehe ich. Aber das, was er zählt, ist scheiße. Er labert sich. Du hast gelogen. Ich war gerade am Table schon. Junge, ich... Kann jemand mit dem Terz her schießen? Ich bin zu sauer. Es waren viele Punkte in der Lektik. Warte mal, oder? Ah, ich halte mein Maul, keine Ahnung. Ich glaube, dass es gerade eben ein Baitkill war, übrigens, Leute. Das ist sauer, Alter. Nein. Hab ich? Faro, Faro, ich bin mit Habe ich gemeinsam hingelaufen. Wir sind nebeneinander gelaufen und die Leiche ist schon gelegen. Warte mal, ich hab die Karte nur eine Sekunde gesehen. Dann wurde reported. War jemand in Storage drin, ja, ne? Ja, zwölf. Hm? Keine Ahnung. Zwölf Leute waren in Storage. Ja, keine Ahnung. Ja, dann hab ich keine Ahnung. Als ob der sich irgendwas gemerkt hätte. Ich hab auch gerade meinen Endmute-Button nicht gefunden. Ich skippe es hier nochmal. Ist so. Ich würde auch nochmal skippen. Lassen wir Hanau. Wer hat Faro gewollt? Äh, Faro gewollt. Faro. Das ist ein Assi. Aber hat er gut gespielt. Muss ich ihm ja wirklich lassen, ne? Muss ich ihm ja wirklich lassen. Krass. Junge, wie genau du kommst zu einem Vote? Ja, hör doch mal auf zu lügen. Okay. Ja, hör doch mal aus. Hallo, Habi liegt quasi an der Rakete. Nicht wusste, nicht Habi, nicht Lalloby. Genau, Habi hätte ich jetzt auch rausgenommen. Und Habi müsste mich eigentlich auch rausnehmen können. Und wenn ich das richtig gesehen habe, terzte auch nicht, oder? Du warst gerade noch links. Ich war Office Guard. Harn auch nicht, ja. Wer war denn noch im Lab rechts oben? Da waren drei. Top, Shelly, Simon müssten da gewesen sein, ne? Nein, 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 ich war nicht im Lab. Du warst jetzt gerade nicht im Lab? Nein, ich war nicht im Lab. Wo bist du? Vor Lifeline. Harn ist gerade die ganze Zeit an Lifeline gewesen, ist runter zum Admin-Table, wieder hoch zur Lifeline. Ich war die ganze Zeit an Lifeline. Dann ist es Top, Shelly und die Leiche. Ich stehe vor Elektrikkel an der Tür. Okay, aber ich war jetzt tatsächlich an... Na, wie heißt denn das? Wo man diese Planeten sucht. Und da war es vom Teleskop. Ja, so beim Teleskop, genau. Ja, ähm... Dann war ich da am Arsch. Nee, aber pass auf. Lass mich doch mal ausreden, bitte. Mann, ich wollte nämlich sagen, ähm... Ich hätte nämlich gesagt, Top ist irgendwie mit mir in Lab rein. Aber ich habe nicht so richtig drauf aufgepasst. Die ganze Runde nicht in Lab. Ich war jetzt gerade in Weapons drin, hab meine Asteroiden gemacht und bin jetzt wohl gerade oben in den Elektrikkel rein. Ich gehe vor der verschlossenen Tür. Wo liegt die Leiche nochmal? Genau beim Raketen-Game. Was mich halt wundert, äh... Simon, oder hab ich das? Wer war nochmal an Live-Land von euch beiden? Ich, Simon. Wie alt ist der Kill? Äh, als du das erste Mal reingelaufen bist, hab ich nur noch kurz meine Dings abgewartet. Äh, er muss jetzt irgendwie 8, 9 Sekunden sein. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Wenn du einen Kill auch in CamRage machst, dass du dann in Lab reingehst, weil es können ja auch Leute da sein. Plus, du kannst ja lieber entweder links rausgehen oder wenden. Wer, ich? Nee. Ich. Jenny, genau. Ich meine, ich mache richtig dummen Scheiß, ne? Aber man denkt, ich bin so dumm. Danke für nichts. Jenny, wir haben dich doch lieb. Ja, ja. Das war ein Self-Report. Können wir noch mal sagen, ne? So. Ja. Ach so, Faru. Danke, Faru. Das merke ich mir, ne? Boah, ich will eigentlich... Ohne Scheiß, ne? Ich würde gerne Warlock-Kill machen. Aber ich habe so Angst vor dem Bait, ne? Ich habe die da aber auch gerade gut rausgefischt, ne? Hm, 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 hm. Vier Leute im Lab. Zwei Theorien. Er tut ein Warlock oder er war Scherr und wollte auf mich schießen. Und er war Bait. Ich glaube tatsächlich, dass er Bait gewesen sein könnte. Er hat sich auch zu mir gestellt und hat gewartet, ob ich irgendwas mache. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er Bait gewesen ist. Aber ich habe auch meine Zweifel dran, weil ich halt quasi neben denen war. Er hat zum ersten Kill gesagt, das könnte der Bait gewesen sein. Er hat beim Hahn gesagt, das könnte der Bait gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe eher Chester-Vibes von Pfarrer gekriegt. Ich bin gerade von den Baiten weggegangen und dann kommt der Report. Deswegen irritiert mich das etwas. Also, okay, also entweder Scherf... Okay, ein Lab. Ein Lab am Teleskop. Ich komme gerade aus dem Task rein und er kippt um. Dann halte ich doch Scherf für wahrscheinlich, ja, weil du so am meisten mit Shelly im Sasp warst, I guess. Das kann natürlich Warlock sein. Also ich würde das alleine in O2... Shelly war, glaube ich, in der Camps. Lalo B. war oben links in Electrical. Ich habe euch da nicht mehr gesehen, weil ich unten war. Deswegen keine Ahnung. Was hat Pazi in der ersten Runde genau gesagt? Weil ich war da noch gemutet. Ja, der hat Scheiße gelabert. Also der war Leiter, was ja auch obvi... Ja, Hahn, nicht du. Nicht du. Es ging ja um dich. Jemand anderes. Also, Pazi hat gesagt, dass Hahn zwischen Combs und Electrical zum Wend gelaufen ist und als er sein Licht angemacht hat, ist er ihm entgegengelaufen. Das hat er gesagt. Und so wurde er als Leiter scheinbar gegessen. Was super smart ist... Den Kill kann er nicht gemacht haben. Danke. Den kann Hahn nicht gemacht haben, aber das Movement, was Pazi angekreidet hat, kann halt schon sass sein. Ja, aber ich könnte ja alles sein. Deswegen dieser Call... Also, ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Also, ganz kurz, ich skippe hier. Das kann ja so vieles sein. Ich habe ihn zum Beispiel überhaupt nicht gesehen. Ich könnte theoretisch Jester sein und so. Er war ja Leiter. Das war ja richtig in dem Sinne. Da hat der Evel gestern mich auch richtig schön in die Scheiße geritten. Aber ist einfach falsch. Aber du bist ein Litsch oder was? Nö, ich sage nicht, was ich bin. Ich sage nicht, was ich bin. Okay, wer ist Time Master? Oh, ah! Alter! Was? Ja, scheiße! Ich glaube, einer der Toten. Ähm, ja gut, ich... Also... Und Engineer dürften wir offensichtlich nicht drin haben, weil jeder Engineer hätte fixen müssen. Ja. Ähm... Ja, geil. Toll. Ähm... Alter! Ich kann mir gar nicht sagen. Ich habe nur... Ich war mit Shelly, war ich ein Spiesemann. Genau. Und dann sind wir beide direkt losgelaufen. Scheiße, ey. Deswegen, wo seid ihr denn, Torben, Lalo, B? Und habe ich... Ich habe ein Slide gerade gefixt. Ich wurde da erst weggespult von. Ich bin gerade oben im Lab. Ich bin beim Admin-Table herumgespult worden, weil ich eben, äh... Ich bin links reingekommen, äh, wollte zum Admin-Table runterschauen und dann ist der Time Master gekommen. Dann habe ich natürlich den Button nicht drücken können und bin dann rauf Richtung Licht. Hä? Aber wieso drückst du den Button nicht? Also ich war... Wenn das Licht aus ist, ich kann den Button nicht drücken, wenn das Licht aus ist. Der ist erst nachher gefixt worden. Dann würde ich doch da warten. Also meine Theorie ist, dass Lalo B auf jeden Fall ein Killer ist. Weil... Also wie gesagt, ich bin jetzt... Sondern? Also wenn Top und Habicht oben links waren und gefixt haben... Shelly und ich, wir waren alleine zum zweiten Specimen. Die ganze Runde über. Lahan, erinnerst du dich an deine Frage aus der ersten Runde? Was? Ne, weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Was war da? Ich bin kein Killer. Aber für mich bist du ja meistens Hass. Es sind drei Kills passiert. So. Shelly war mit mir da. Shelly kann auch bezeugen, dass ich es nicht war. Sprich, es ist einer von euch dreien. Aber Lalo B, was meinst du denn? Worauf willst du denn gerade hinaus? Ich würde jetzt... Ne, es ist schon eine Zeit. Ich würde jetzt hier Lalo B worten. Ich glaube, es ist Habicht. Ich wort auf Habicht. Okay. Dann habe ich eventuell geintet. Aber ich habe jetzt hier Lalo geintet. Äh, geintet. Lol. Gevotet. Und jetzt zähl mal. Ja, okay. Fuck. Dann rennt mal zum... Zum O2. Scheiße. Rennt mal zum O2. Warte mal, Habicht. Lol. Lol. Oh, da bin ich gespannt. Shelly und ich, wir waren links, haben gefixt. Topf ist am Button. Habicht, was hast du gemacht? Ich habe rechts gefixt. Ich bin ins Bestmant. Habicht, du bist der Geilste. Ja, tschüss. Oh Gott. Habicht, Junge. Aber Hauptsache, noch dir den Mayo mitgenommen. Schön. Ja, sorry, Habicht. Aber gute Runde. Du bist nicht Asenist. Fuck mein Arsch. Nein. Unmute. Nein. Nee. Ah. Er ist Asenist. Oh mein Gott. Loll. Oh nein. Oh nein. So ein Ding, Juhl. Ja, oh mein Gott. Oh, Bruder. Warum hast du dich gekillt? Oh mein Gott. Was war das für eine geisteskranke Runde? Wie genau fliegt Han da in Runde 1? Weil du trollst, Junge. Bitch. Alter, wie ich troll. Ich wurde sogar gegessen, du Troll. Junge. Alter. Ich gehe da hin, outplay Han komplett, bait ihn mit dem Leiter. Aber bei mir steht Victory. Was steht bei dir? Bitch. Bei mir steht die Crews lost. Warte, die erste Kürze. Ich kann es jetzt leider nicht mehr beweisen. Ich habe schon weitergeklickt, aber bei mir steht die Crews lost. Ihr wolltet wirklich zurückgehen?